gratulation du hast die zweite stufe geschafft und wir nehmen wieder den lift genau bei mir ist geschlossen das war einfach verarschung das war der kuchen der kuchen ist keine lüge ein netherstern ich muss wieder konsole konsultieren dann können wir das bist du dein headset am putzen ich bin gerade dran gekommen so weiter geht's ja und vorgesehen der rest also es ist ähnlich wie stay forever together ja genau ich muss rot und blau dann drücken wir das knöpfchen heute sind wir ein stück stück weg höhe ja bei mir ist alles du bist im labyrinth und ich was muss steht bei dir und dann freien dein freund hält hilft dir durch das labyrinth zu kommen hilft deinem freund aus dem labyrinth es sind zwei schalter und wenn du beide gedrückt hast mit dort türe sich am ende öffnen also du musst hier lang follow my lead und dann geht es hier lang so das ist wie blind kraft nur in nur mit sich etwas ja ich würde so durch jetzt ja warte mal bleiben wir stehen ich muss mal schnell auch in die art dahin müssen wir gut ich weiß ungefähr wohin wir müssen du musst hier lang ja ich glaube dann hier lang und dann hier lang und dann hier oben lang hier 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 und dann links und dann hier runter dann dort rein und dann dort rechts und dort ist dann eine kiste dort ist ein kist ja ein stemm gut der deinen nahe und dann müssen wir die beiden schalter finden warte nein hier geht es nicht lang hier bringt es nichts du musst wieder hier zurück ja genau und dann hier ich glaube ja hier ja alles durch und dann links und dann hast du den ersten schalter gut dann weiter geht es ich würde mal sagen hier wieder durch ja genau hier dann hier durch ich muss gerade schnell schauen hier warte ist hier hinten schalter nein ist nicht dann hier durch warte mal kurz ich muss schnell den zweiten schalter so genau am anderen ende von ja natürlich war ja klar natürlich ja kannst du hier weiter gehen dann hier ja hier runter rüber dreht du dich um dann hast du eine kiste sehr gut noch ein stern müssen wir unbedingt mal im let's play machen unsere voll sachen ein so jetzt wo geht es weiter du musst hier lang kannst glaube ich ja na doch 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 geht hier 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 so durch welches hier 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 nein nein hier hier war schon richtig hier durch das sind wir nämlich ziemlich wieder am ausgangspunkt dann kannst du hier hin dann hier rauf dann hier rüber und hier durch und dann hier durch und ich habe gerade gesehen ich habe dich in eine subkasse geführt nato das tut mir jetzt aber leid ja ich bin auch nicht so froh alles wieder zurück hier können wir nicht durch hier kommen wirklich nicht durch also müssen wir wieder zurück gehen wir zurück ja dann gehen wir wieder hier lang schnell vorausschauen dann gehen wir hier durch und hier ich habe hier bei der kiste können wir ja hier gehen wir weiter dann hier haben wir die schon ja die haben wir dann geht es hier ja genau hier durch dann hier hinter dann hier geradeaus weiter dann hier hier rüber dann hier geradeaus weiter dann kannst du dich umdrehen andere richtung das andere richtung hier die andere seite genau und dann kannst du rüber und dann nach hinten das zweite schalter sie doch etwas die türe wird ja wohl unter meiner türe liegen jetzt kann man hier ja dann hier so ja follow my lead du bist der roboter du musst meinem lead folgen hier lang hier lang ja 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 hier rüber hier und hier hat das nochmal einen diamanten nicht drücken nicht drücken was also hier steht wenn dein freund diesen nur presse drückt wird er fliegen fliegen du hast ihn schon gedrückt oder ich habe gedrückt und wieder zurück passiert ist nichts gut steht noch toll fest daran okay leg ihn mal um nein legen mal um mal schauen was passiert da passiert noch nichts gut dann gehen wir mal weiter vielleicht wenn ich zur türe haus geht ja du kannst jetzt hier hier rum und dann alles geradeaus um die ecke rum und dann bist du im ziel noch einmal um die ecke rum und dann bist du im ziel schilder so ich bin wieder da ein stern hallo so weiter geht's das leiter geräusch geräusch und du hast keine geräusche ja irgendwie kommen bei mir keine geräusche mehr enden congratulations gratulation du hast die dritte stoffe erreicht oder am level sie bewegen sich kann man noch um ändern ja ich bin schon im lift drin ja genau don't forget to have a rest sterne du kannst überhalten ja so you only can sleep at night yeah yes so okay und darauf und durch stage 4 dein Ziel ist es auf die andere seite des raums zu kommen wenn ein spieler hüpft auf den anderen auf den block hüpft der andere spieler ist in der lage vorwärts zu jumpen und vergiss nicht deine redstone torch oh god okay was ist denn das ich habe dir irgendetwas zugeschossen oder kommt hier irgendetwas raus oder was keine ahnung nein irgendwie nicht durch den islam so hey da ist leer okay es gibt keinen weg zurück mehr so jetzt kannst du vorwärts kommen musst du wieder drauf gehen warte es da drauf dann komm warte kannst gleich bleiben dann komme ich nämlich vorwärts jetzt kommst du wieder vorwärts oh nein ich muss wieder zurück zurück leider so du kannst gleich weiter mit vorteil triffst du noch das feld die zuschauer können dich sehen ja ich weiß dass da eine glaswand zwischen uns ist und dich die zuschauer sehen können du mit deinem blauen mönchskutte gut das kannst du da kannst du einfach jumps machen da musst du nicht mal ein doppeljump machen aha kommst du rüber mhm so und wo ist die torch ich habe eine aber ich nicht jetzt müssen wir zurück ich muss dir über den dispenser das da teil geben und dann müssen wir das gleiche nochmal machen ah na toll lustig nein ist eigentlich gar keine schlechte idee so jetzt hast du sie bekommen danke und die gleiche übung gleich nochmal oh hey oh ja nicht übermütig werden nur weil wir es einmal geschafft haben heisst es noch gar nicht dass wir es noch ein zweites mal schaffen so so oh nein ja oh nein darf auch ich mal runterfallen kann passieren entschuldigung ach komm schon ich esse meinen Keks ach es kann sich es kann sich nur in die Länge ziehen dadurch dass wir es hier einfach nicht schaffen ja genau hups wir nehmen übrigens mit dem over rustic texture pack auf oh ich kann ja noch weiter ja genau ich nicht weiter jetzt musst du kurz warten so jetzt kannst du den Button platzieren platzieren und bam 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 irgendwas ist jetzt durchgebrannt tut sich etwas ja irgendwie na toll ich sie hinstellen soll ja jetzt komm ich nicht mehr ran toll das macht er noch den Smorak kaputt sehr brocken ich sehs ich mit meiner roten Lederkopf kluft ja ist eigentlich noch eine lustige idee mit der gefärbten Wolle die sie da gemacht haben ja wir haben die vierte stage erreicht ja hast du geschafft genau oder ja au kaktin au kaktin eine grosse Truhe aber trotzdem nur ein Stern natürlich so gehen wir wieder schlafen also ist vom Prinzip her wirklich wie stay forever together schön dass wir wieder so eine Map im Angebot haben ist immer lustig stage 5 oh und da geht's nochmal hoch und das heisst alles was wir jetzt wieder hoch gehen müssen wir irgendwann wieder runter genau gut das hat das Lift das führt das Liftsystem halt mit sich oder wir sind schon runter ja wir sind schon wieder runter gekommen durch das Liftsystem oh jetzt fliegen wir aber nicht schon wieder runter natürlich aha ah ja klar ein Kürbis Gratulation du hast die fünfte Stufe geschafft haha oi ok im roten Spiel das Ziel ist es ähm die Musik zu komponieren welcher der blaue äh wie er hört das hatten wir doch schon mal aber da war es durch einen Bug nicht möglich gewesen genau und ich höre keine Musik hm ähm ja das ist sehr komisch ein Moment vielleicht liegt es an meinen TC Einstellung ich mache das mal hier Standard ah ja ich höre es ich höre es ich höre die Musik äh ich bin blau click me warte warte nein nein click me mach mal bitte noch mal sorry ist das das ähm hast du jetzt noch was gemacht oder war das das ganze das habe ich gehört das habe ich geklickt ja aha zum Beispiel warte nochmal bitte na ah warte kannst du nochmal ja das klingt ziemlich ja jetzt hör mir euer nochmal meiner Komposition zu ja schon endlich das klingt richtig hätte ich jetzt behauptet ja